Was dein Fahrrad über dich aussagt. Hey, nee, komm, ähm. Ich wollte schon immer mal ein BMX-Rad fahren. Aber wie sieht das bei manchen so cool aus? Bei mir sieht das so aus, als würde ich auf einem Dreirad fahren, weil das so klein ist. Mein größter Respekt, wenn du darauf auch noch Tricks und sowas machen kannst. Cool, cool für dich. Ich komme damit nicht klar. Menschen mit einem Hollandrad, ich vertraue dir. Das ist so einfach. Du bist einfach nett. Du bist... Ah! Ein sonniger, gütiger Mensch, der sein Leben genießt und gerne durch Blumen reitet und mit Pferden spielt und weiß nicht. Fahrräder mit Körben. Am besten noch ein Hollandrad mit Korb. Du bist der netteste Mensch auf diesem Planeten. Und ich beneide dich. Ich wollte schon immer mal ein Rad mit Korb haben, weil wie logisch ist das? Du kannst einfach alles da reintun, hä? Oh, man kann seine Schultasche sogar in den Korb reintun. Du bist auch noch ein Genie. Crazy, gönn dir. Ja, nur noch 15 Fahrräder. Ich weiß nicht, wieso du jetzt erwartet hast, dass ich über dich irgendwas bewerten soll. Du fährst halt Fahrrad. Also was auch gut ist und schön, aber... Pff, sagt jetzt nichts Besonderes über dich aus, wenn du normales hast. Ich kann dem Sagen nichts aus, ich finde sie nur witzig.